Und damit willkommen zurück hier bei Watch Dogs 2. In der letzten Folge sind wir gestorben, weil wir immer noch da hoch wollen. Und jetzt müssen wir mal eben den Kran suchen. Und da ist er auch schon. So, dann schauen wir jetzt mal. Wir müssen da halt, wie gesagt, immer noch hoch. Was? Hier will ich gar nicht hin. So, theoretisch, wenn ich das jetzt so ein bisschen anhebe, so ungefähr, sagen wir mal, so. Könnte ich da doch einfach reinklettern und mich dann hochziehen lassen. Oder sehe ich das falsch? Damit wir halt nicht direkt wieder drauf gehen. Er will auch halt einfach, okay, jetzt will er doch. Jetzt stehen wir hier also drinnen. Nee, nach oben bitte. So. L bewegen. Dann drehen wir den einfach mal komplett außen rum, würde ich sagen. Von hier aus können wir noch die da hinten hacken. Gesichtserkennung, Fiege schlagen. Wieso? Es sieht so aus, als würde da gerade irgendwie ein Deal über die Bühne gehen. Dann rollen wir uns da jetzt mal rüber. Ja doch, das sollte eigentlich dicke passen. Falsche Richtung. Ich würde gerne in... Nein. Falsche Richtung. Jetzt müssen wir die noch ein Stück weiter nach vorne ziehen. Und jetzt... Nach unten. Nein! Da möchte ich nicht hin. Oh, wir sind schon gelandet. So. Schwere Geburt auf jeden Fall. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg da hoch finden. Das sollte allerdings jetzt kein Problem mehr sein. Da erstmal drauf zu kommen, dass man dafür den Kran benutzen muss. Das ist auch schon wieder einiges verlangt. Aber naja gut, irgendwann checkt man es dann, denke ich mal doch. So, einmal hier rauf. Einmal hier rauf. Und jetzt müsste hier das Ding sein, genau. Und dann haben wir es auch schon fast. Wenn man dann mal weiß, wie es geht, dann ist es auch relativ easy. Allerdings schneide ich das hier, wie gesagt, auch einfach nicht. Denn man kann ja auch einfach mal sehen, dass man nicht immer alles direkt checkt, ne? Ich glaube, das tun auch hier die wenigsten. Das Spiel ist schon relativ anspruchsvoll vom Denkgehalt her. Von daher sollte das eigentlich auch den meisten klar sein. So. Gleich viel besser. Och Gott, nu, jetzt haben wir schon wieder viel neue bekommen. Wie unnötig. Ich glaube, die Missionen, die lasse ich dann doch erstmal vorerst weg. Deshalb sind andere Let's Player auch so weit. Die scheißen einfach auf diese Mission. Ja gut, äh, das können wir dann irgendwann machen, aber nicht immer jetzt. Jetzt, äh, jetzt machen wir erstmal Missionen weiter, würde ich sagen. Sobald wir hier erstmal unten sind, was eine Weile dauern kann, weil hier runter zu kommen, mal wieder ein Spaß wird. Komme ich da irgendwie rüber? Ja gut, passt schon. Gut, du bist im Gebiet Lombard Street. Sehr interessant. Dann mobsen wir uns hier mal eben diesen Truck. Geh mir nicht auf die Nerven, dann fahre ich halt weg. Okay, das sind anscheinend jetzt halt echt die letzten. Bloom erledigen können wir immer noch nicht machen. Dann machen wir jetzt mal Hecke die Welt. Ray am Stadtrand treffen. Wenn das nicht allzu weit weg ist, nö, das geht gerade noch so. Bitte keinen neuen Song, das ist ganz schlecht. Hallo, Home-Dingens. Guck mal, da ist dein Auto wohl weggefahren. Ist ja ärgerlich. Mensch, da konntest du deine komischen Produkte wohl doch nicht ausladen. Oh, diese Cable Cars sind einfach zu cool. Die gibt's aber auch in Lissabon, glaub ich. Das hab ich letztens noch gesehen. Letztens, das ist mehr als ein Jahr her, aber na gut, das ist auch letztens mehr oder weniger. Naja, auf jeden Fall ist das ziemlich, ziemlich cool mit sowas zu fahren. Ein hübsches Auto. Allerdings ist das nicht ganz so cool wie das aus dem Style, den wir letztens gemacht haben. Naja, ich hab überlegt gerade so, das in den Titel zu schreiben, aber das wäre übelste der Clickbait. Und irgendwie will ich sowas nicht machen. Da muss ich echt schon mega krass drüber nachdenken. Letztens hab ich nur mal irgendwas in Caps Lock in den Titel geschrieben. Ich glaub, das war dieses Er ist tot. Oder dass ich mir nur so, hm. Soll ich Er und Tod wirklich in Caps Lock schreiben? Ich meine, das wirkt so richtig melodramatisch, aber Ich weiß nicht, ob man sowas machen muss. Kann man ja einmal so in der Zeit machen, aber Naja, ich glaub, man weiß, was ich meine. Boah, wie das Auto abgeht, das fährt einfach überall gegen. Das ist auch schon komplett Schrott. Das können wir auch gleich wieder wegkloppen. Naja, komm, scheiß drauf. Wuhu. Das ist der Stadtrand. Ja, ja, alles gut. Was gefällt euch denn da dran nicht? Versteh ich nicht. Warte kurz. Auch aufwarten. Ich hatte auf sowas wie eine dramatische Enthüllung gehofft, aber mein Timing ist... Eine Galilä-Rakete. Na und, Mann? Ja, also genau diese Galilä-Rakete ist Nummer 4. Und die Satelliten, die an Bord sind? Alle von Bloom. Oh, scheiße, Mann. Ja. Jetzt wird's interessant. Diese Satelliten schaffen eine Menge Daten aus unserer Reichweite. Der nächste Level im Spiel, mein Freund. Ihr wolltet eure Chance, Bloom zu treffen. Tja. Und das wäre ein Treffer voll ins Herz. Hast du etwa vor, ein hübsches kleines Extra beim nächsten Satellitenstart mit in den Orbit zu schicken? Mhm. Du bist echt total abgedreht, Mann. Nicht für diese Welt, Wendy. Heilige Scheiße. Du fährst. Da hau ich erstmal wieder voll gegen das Mikro. Okay, ich muss einmal kurz so. Das muss ein wenig weiter da hin. Und das Mikro muss ein wenig weiter hier hin. Wieso hau ich da immer gegen das? Total doof. Setze Ray beim Hackerspace ab, okay? Gut, dafür brauchen wir erstmal ein neues Auto. Ach, das sieht ganz cool aus, oder? Was besseres ist hier sowieso gerade nicht. So, möchtest du vielleicht auch einsteigen? So. Dann auf zum Hackerspace. Boah, ich glaube, ich werde heute doch noch mehr aufnehmen müssen als geplant, weil die letzte Folge so ein bisschen desaströs war. Ups, sorry. Ich bin gar nicht blond. Hat sein Kind was? Mikrofon, bitte stell dich wieder gerade hin. Sorry, ich habe mich gerade ein bisschen verfahren. Meint ihr, wir finden Schwanzbilder? Hast du etwa unser Gespräch mitgehört, Zutara? Mit einem Schwanzbild von Duschern in den Händen hätten wir das ultimative Druckmittel. Ja, vor allem wenn er klein oder voller Warz nicht. Leute. Wie ich ihn kenne, hat sein Schwanz bestimmt seinen eigenen Männerdutt. Mann. Hahaha, Pferdeschwanz. Wie geil, wie geil. Ha, ich bin Master Schwanz. Ich trage nur Lederkondome. Hahaha, ja. Ich war schon unbeschnitten bevor es cool war. Hahaha. Okay. Die sind echt nicht schlecht. Vor allem, weil der Typ halt wirklich strange ist. Tschüss. Tschüss. Hier ist ein Hackerspace. Sieht voll nicht so aus. Boah, dieses Aufnahmeprogramm, das ist so strange. Ich werde mich niemals daran gewöhnen, damit aufzunehmen. Allein schon vom Angucken. Denke ich mir immer nur so, öh. Gut, wo haben wir diese Mission denn jetzt? Ray, Mann, eins muss ich dir sagen. Ich habe immer voll auf Raketen gestanden. Als Kind ging da nichts drüber. Mach dir bloß nicht in die Hose, Mann. Ich habe gehört, welche Maßnahmen Galilei ergreift, um sein geistiges Eigentum zu schützen. Ein falscher Schritt? Aber du hast einen Haufen Probleme. Wir haben jetzt schon ein Weilchen, einen Haufen Probleme. Dann sag mal, was ich bei Galilei machen muss. Halt deine Chabaneros fest. Ich lade deinen Bauplan des Gebäudes runter. Sag Bescheid, wenn du da bist. Jo, Markus. Soll ich dir beim Fahren was vorsingen? Ähm, ich habe ein Radio-Wrench. Trotzdem danke. Jo, T-Bone. Soll ich dir beim Hacken was vorsingen? Fahr schneller, Markus. Alles klar. Gut, das machen wir mal. So, wo soll ich denn? Hier hinten hin. Na gut, das machen wir dann mal. Das sollte eigentlich auch noch für meine heutige Aufnahme ausreichen. Das machen wir dann noch fertig. In der Folge und in der nächsten. Und dann schauen wir mal. So. Boah, dieses Auto ist auch schon wieder so durch. Und bei der nächsten Gelegenheit werde ich mal wechseln, wenn ich was Vernünftiges finde. Das da sah jetzt nicht sonderlich vernünftig aus. Dann mal auf den Highway. Mit Geschwindigkeitsbegrenzung, die wir nicht beachten. Das war glaube ich auch so eine Sache bei Mafia 2, was es bei Mafia 3 nicht gab. Dass man immer so T drücken musste und dann hatte man diese Geschwindigkeitsbegrenzung in der Stadt. Und immer wenn dann keine Polizisten da waren, habe ich die mal deaktiviert und bin einfach so schnell gefahren, wie ich wollte. Sobald die da waren, ganz schnell auf T gedrückt und dann war sie halt wieder da. Das ist mir in Mafia 3 anfangs gar nicht aufgefallen. Irgendwann habe ich dann mal so darüber nachgedacht. Und ich glaube, das war da so. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das da so war. Äh, ja, okay. Da komme ich sowieso nicht durch, wegen Mauer und so. So. Und wie soll ich da jetzt einfach reinkommen? Einfach reinlaufen, oder was? Dieser Typ stalkt mich. Nee. Am Arsch. Aha, okay. Die Zahl der Anhänger der Hackerzelle DeadSec ist in den letzten Monaten gestiegen. Es gibt Gerüchte, dass sich bestimmte Silicon Valley Insider für einen neuen Hackerangriff wappnen. Die anonyme Hacker-Gruppe verfolgt inzwischen höhere Ziele und hat mehrere Firmen und Institutionen bloßgestellt, wegen angeblicher illegaler Praktiken. Dies hat die Aufmerksamkeit vieler Bürger geweckt, die DeadSecs Ziele befürworten, wenn auch nicht unbedingt ihre Methoden. So. Wie sollen wir das denn jetzt machen? Das ergibt nicht wirklich Sinn. Da man nicht beide auf einmal... Achso. Gut, dann machen wir hier einmal den, dann haben wir den nämlich jetzt auch frei und hier machen wir einmal den und das könnten wir dann, obwohl das kann auch einfach so bleiben. Da tut sich, glaube ich, nichts. Nee. Dann machen wir doch einmal hier den hier. So. Jetzt kann ich nämlich den da machen, jetzt habe ich den frei, den mache ich jetzt einfach auf den hier. Damit haben wir's. So. Na, dann mal rein da. Jetzt wird's spannend. Und schon sind wir drin. Es ist ein Wunder, Markus. Hervorragend. Hältst du mir den Rücken frei? Dein Rücken. Ich glaube, hier sollte ich gar nicht rein. Und beide Seiten, Bro. Super. Geile Sache. Ich muss da halt durch, ne? Und der Typ wird direkt ausrasten. Was passiert wohl, wenn ich da jetzt einfach durchgehe? Wird er mich umbringen? Hör auf damit. Das ist sehr unfreundlich. Kann ich die irgendwie kaputt machen? Nö. Ups, das war irgendwie Selbstmord, aber naja. Ja, gut. Ich hab nicht den Hauch, eine Ahnung, was ich hier soll, aber na gut. Aber ich werde hier für einen Moment von Tatsachen sprechen. Wenn du also Kinder bei dir hast oder sensibel gegenüber Kraft ausdrücken bist, fär dir besser eine meiner anderen Aufzeichnungen an. Okay, also. Können wir darüber reden, wie beschissen Raum ist? Mal im Ernst. Die Leute wollen die Finanzierung unseres Bereichs stoppen und mehr Geld dafür ausgeben, unseren eigenen Planeten zu zerstören? Ohne Fluchtplan. Und was ist unsere einzige Möglichkeit? Du bist böse. Ups, den wollte ich gar nicht umbringen. Du bist böse. Mist, ich brauch dafür den Schlüssel. Kein Schlüssel. Eine meiner Hauptphilosophien bei Galilee ist, das realistisch zu sein. Genug geträumt. Es zählt. Sie wird es leid, unseren Kopf zu schütteln und nervt zu tun. Wir werden das Raumproblem lösen. Und wir werden sie mit dem Stuhl holen. Okay, ich glaub, jetzt wird's ein bisschen krass. Ich hab doch diese Dinger hier. Kann ich die nicht auch mal irgendwie wegschießen? Als ob. Okay, ich geh hier doch mal eben in Deckung. Okay, der ist weg. Jetzt sind das nur noch normale Bedingungen. Allerdings haben die alle keinen Schlüssel. Das ist voll kacke. Nein, nein. Okay. Die sind alle nur noch ganz normale Menschen. Die sind alle nicht mehr irgendwie sonderlich gut geschützt. Oh Gott. Auto-Aim. Wenn du auch mal die Leute anvisieren könntest, die auch gerade draußen sind, dass ich nicht andauernd auf irgendwelche Kisten schieße. Das wäre mir relativ lieb. Ich hab keinen Plan, welcher davon den Schlüssel hat. Der wird mir hier auch gerade nicht angezeigt. So. Der hat keinen Was? Hat mehrere Schmerzmittelrezepte. Okay, dann ist der ja perfekt für den Job geeignet hier. Boah, wie soll ich denn da sonst reinkommen? Hi. Aha. Hier haben wir ein Sicherungsterminal. Dann verschaffen wir uns halt da mit Zugang. Das ist auch möglich. Perfekt. Nee, auf dich schieße ich gerade nicht. Auf dich bin ich gerade auch nicht sauer. Ich brauch dafür immer noch den Schlüssel. Mist. Mist, Mist, Mist. Nö. Wenn ihr irgendwie hier jetzt Mist anstellt, dann schlag ich euch. Just saying. Hier ist noch irgendwo einer. Er macht uns sogar die Tür auf. Das ist ja nett. So, dann stirbst du halt jetzt. Hier ist irgendwo der Schlüssel. Aha. Ich würde hier gerne durch. Ist das möglich? Dankeschön. Nö. Mein nicht. Ich übernehme den Laden jetzt hier, würde ich sagen. Mein aktivierten Alarm. Bitte reagieren. Kann ich das kaputt machen? Ich würde es gerne kaputt machen. Ein Alarm wurde ausgelöst. Agenten sind unterwegs. Ich kann das halt auch nicht zerstören. Allerdings bezweifle ich, dass hier überhaupt noch jemand so freiwillig reingeht. Naja, wir versuchen erstmal hier jetzt irgendwie reinzukommen. Was zum Teufel. Ach komm, scheiß drauf. Sollen sie doch hier reinkommen, wie viele sie wollen. Kommt rein. Fahren sie zu Wort des Alarms. Der sieht mich noch nicht mal. Cool. Ne, ich komm da echt nicht rein. Ich verstehe nur nicht, wieso. Ups. Ach so, okay. Oh Mist. Geh mal schnell zurück. Ups. So, einmal hier durch. Und schon haben wir Zugang. Sorry Kumpel. Diese Operation erfordert Hände. Deine Hände. Gut, aber was hier unsere Hände erfordert, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich werde mich noch eben kurz um den hier kümmern. So. Aber wie gesagt, das war es für jetzt. Also für die Folge. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.